Hallo meine Damen und Herren. Wir melden uns hier live von der Nadi. Auf 1498 Meter habe ich die gerade gesehen, irgendwo da steht es doch, gell? Da steht es doch, genau. Höher werden wir heute nicht mehr gehen. Ein schöner Blick ins Rheintal. Auf dem Pizzo oder wie die Linie heißen da oben. Unten sehen wir Mainfeld. Ja, das ist unser Dörfli. Auf der anderen Rheinseite sehen wir Bad Ragaz. Die Enderlinhütte. Ja, haben wir es da. Und da wollten wir... Ja... Sind das die Verhaltenstürme? Ja, die Türme, aber der Falknistürme... Nein, nein, nur die Türme. Das ist erst die Hälfte. Die Hälfte, ja, okay, okay. Die Verhaltenstürme ist haargenau richtig. Okay, die Verhaltenstürme. Der eigentliche Verhalten befindet sich dahinter. Ja, aber da geht es dann hinter den Türmen, geht es in ein bisschen weiter. Mhm. Aber auch weiter oben ist der Geräusch. Das ist der Klassiker. Das ist der Klassiker. Das ist der Klassiker. Das ist der Klassiker. Vielen Dank.